Wir kaufen einen neuen Wohnwagen. Wir waren auf der Suche nach einem Wohnwagen, den wir auch mit unserem 75 PS Auto ziehen können. Dabei kamen wir immer wieder auf die Marke Niviado. Also haben wir uns im Internet erst mal informiert und einige Videos angesehen. Dann ging es auf Händlersuche. Niva Power hatte Wohnwagen vorrätig da und ein Besichtigungstermin war schnell vereinbart. Ja hallo, wir interessieren uns für einen Niviado N126NT. Habt ihr einen da? Ja das ist ja super. Ja wir würden uns gerne mal einen ansehen. Ja wir könnten heute noch kommen. Ja gut prima. 15 Uhr. Alles klar. Ich freue mich. Bis nachher. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So und los geht's. Jetzt holen wir den neuen Wohnwagen ab. Bis zum nächsten Mal. 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 mir gar nicht glauben. Der erste eigene neue Wohnwagen, das ist so geil. So, kurze Pause und die erste Mahlzeit im neuen Wohnwagen. Hier gehe ich jetzt aber alleine rein. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier gehe ich jetzt aber alleine rein. Tschüss! Tschüss! Ne, warte mal nochmal, ich habe in den Kopf gestoßen. Schau, das ist so schön.